Der dritte Teil von Magic Mike steht in den Startlöchern und Channing Tatum ist mal wieder in Best Form. Dass es aber so lange gedauert hat, bis der dritte Teil rauskam, liegt daran, dass er keine Lust hatte, in diese Form zu kommen. Um so auszusehen reicht es halt nicht, dass man nur pumpt, ein bisschen auf seine Ernährung achtet, motiviert, es langfristig durchzieht, das reicht nicht. Der schon sagt, es ist eine richtig strikte Diät nötig, die du auch langfristig nicht halten kannst, er nennt es jetzt runterhungern. Er meint auch, es kann nicht gesund sein, so rumzulaufen. Also Mädels, macht euren Jungs nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht aussehen, wenn sogar Channing Tatum sagt, es ist eigentlich unmöglich, langfristig so rumzulaufen.